blizzard entertainment präsentiert der dunkle spiegel eine kurzgeschichte von steve den nüssen gelesen von peter kondel teil 1 von 4 nathanus maris schloss die augen und atmete tief durch die nase ein die schon unzählige male gebrochen worden war ein hauch von herbst hing in der feuchten luft und vermischte sich mit dem duft der wildblumen die zwischen den steinplatten des weges erblühten es war ein guter duft vertraut und erdig er wollte niemals auf ihn verzichten müssen die stiefel der waldläufer generalin machten kein geräusch als sie an ihn herantrat wie immer trug sylvanas windläufer den geruch der rosengärten mit sich die in der stadt der hochelfen in voller blüte standen diesen duft wurde nathan es überall wieder erkennen eine weile stand der mensch regungslos da um im stillen die anwesenheit der elfe möglichst lange auszukosten um sie herum sangen vögel im sonnenuntergang und das leise blöken einiger schafe drang von der anderen seite des holzzauns zu ihnen herüber den er als junge mit seinem vater errichtet hatte er öffnete seine augen von dieser kleinen anhöhe konnte er auf marys siedlung hinabblicken auf das haus in dem er sein ganzes bisheriges leben verbracht hatte die scheunen die bald winterfest gemacht werden mussten den weizen dessen ernte bevorstand sein zu hause nathan es liebte diesen anblick er war stolz vielleicht ließ er den augenblick deshalb noch ein wenig andauern bevor er sein bestes gab ihn zu ruinieren du solltest nicht hier sein knurrte er begrüßt man so seine kommandantin gab sylvanas zurück und wandte sich ihm zu obwohl ein lächeln ihre lippen umspielte lag etwas bestimmendes in ihrem blick das autorität ausstrahlte sie trug eine rüstung aus blau gefärbtem leder und einen kunstvoll verzierten bogen auf dem rücken mit seiner verschlissenen arbeitskleidung und dem zerzausten bart kam er sich neben ihr wie ein landstreich hervor er schüttelte den kopf du weißt genau was ich meine sylvanas seit du mich zum waldläufer lord anhand hast macht sich unmut unter den welten wandern breit diese besuche sind nicht unbemerkt geblieben und deine ach so noblen waldläufer tratschen fast noch schlimmer als waschweiber sylvanas streifte ihre tiefblaue kapuze zurück und das lange blassgoldene haar ergoss sich über ihre schultern ich wusste ja gar nicht dass es dich interessiert was andere von dir denken er hörte den feinen hohn in ihren scheinbar mitfühlenden worten der wohl seine entschlossenheit auf die probe stellen sollte seine zähne knirschten vor entspannung es ärgerte ihn dass sylvanas seine schroffe art bereits so vertraut war dass sie völlig unbeindruckt davon blieb mir ist es gleich was man über mich erzählt du aber bist ihre anführerin und du kannst es dir nicht erlauben ihren respekt zu verlieren sylvanas strichen er fernes eine strähne seines rostbraunen haars aus dem gesicht als waldläufer generalin ist es meine pflicht die berichte meiner späher im feld einzuholen und da du dich lieber in der wildnis lauderans zurück ziehst anstatt im herr verlass deinen dienst zu verrichten bin ich dazu gezwungen hin und wieder nach dir zu sehen er zuckte die schultern es ist besser wenn ich abstand wahre mir fehlt die geduld für die machtspielchen in deiner stadt hier kann ich atmen ich lege wert auf die einfachen dinge im leben und die würde ich im schatten eurer uralten türme vergeblich suchen lothemar zufolge versteckst du dich hier nur vor vergleichen mit elfischen bogenschützen sagte sie mit hochgezogener augenbraue lothemar theron ist ein narr das gewand eines politikers stünde ihm besser als das eines waldläufers mit seinen schießkünsten könnte ich es jederzeit aufnehmen pfeil um pfeil lothemar theron es wollte noch mehr sagen doch er biss sich auf die zunge sein ärger belustigte sie und er weigerte sich ihr noch mehr genug tun zu verschaffen es erleichtert mich die gründe für deinen rückzug zu erfahren ich hatte bereits befürchtet ihr wäre meine gesellschaft lästig geworden die untergehende sonne ließ sylvanas ebenmäßige gesichtszüge aufleuchten und ihre graublauen augen funkelten im goldenen licht das ergebnis war so vollkommen dass er hätte schwören können es müsse sich um einen zauber handeln den sie immer parat hielt um gesprächsverläufe in ihrem sinne zu lenken oder einen rivalen abzulenken und natürlich verfehlte er nicht seine wirkung bevor er sich selbst davon abhalten konnte gab er ihrer eitelkeit nach es ist nicht so als hätte ich dich nicht gerne um mich sylvanas doch dein volk braucht seine generalin in diesen dunklen zeiten mehr denn je die elfe runzelte die stirn dein wunsch wird sich schon bald erfüllen ich werde mich mit meiner schwester alleria treffen sie glaubt dass es die orks auf kathelas abgesehen haben und ein angriff auf unsere heimat plan sollten sich ihre befürchtungen bestätigen könntest auch du zur verteidigung der stadt nach silbermund zurückbeordert werden ganz gleich ob du nun möchtest oder nicht er fasste sie am arm und zog sie an sich heran sylvanas du weißt dass ich meine pflicht erfüllen werde und bevor er den satz beenden konnte hörten sie aufgeregte rufe von der anderen seite des feldes rief ein junge während er mit wedelnden armen durch die auseinanderstiebende schafherde lief als er nur noch wenige meter von den beiden waldläufern entfernt war sah er die hoch elfe und riss vor staunen den mund auf bei seinem versuch über den zaun zu klettern stürzte er fasst zu boden und kam nur knapp vor ihren füßen zu stehen waldläufer generalin sylvanas windläufer begann nathan es förmlich darf ich euch meinen cousin stephen maris vorstellen er ist zwar erst neun jahre alt aber wir sehen können stehen seine mangelnden umgangsform den meinen bereits in nichts nach stephen errötete und nathan es sah ihn streng an um ein grinsen zu verbergen er mochte den jungen dessen haare und gesichtszüge den seinen so sehr ähnelten er erinnerte ihn ständig daran wie es war in einer welt zu leben die einen tag täglich mit neuen wundern überraschte unsinn nathan es sagte sylvanas und kniete sich mit einem freundlichen lächeln auf augenhöhe zu dem jungen ich bin mir sicher dass aus ihm eines tages ein zuvorkommender junger mann werden wird unabhängig von eurem schlechten einfluss ihr ihr seid eine waldläuferin wie mein cousin stammelte stephen mit aufgerissenen augen nein junge sylvanas ist weit mehr als das sie befehle nicht alle waldläufer in diesen landen entgegnete nathan es stephen blickte ehrfürchtig von einem zu anderen und überlegte fieberhaft was er antworten sollte die hochelfe neigte ihren kopf und flüsterte leise in das ohr des jungen als wollte sie ihm ein geheimnis verraten möchtest du auch ein waldläufer werden wenn du groß bist der junge schüttelte entschlossen den kopf ich will ein ritter sein mit einer glänzenden rüstung und einem riesigen schwert und einem eigenen schloss ich will nicht im wald leben oder auf bäume klettern und mit pfeilen schießen er erstarrte vor schreck ich wollte nicht sagen dass waldläufer ich meine euch zu dienen wäre eine ehre generalin sylvanas entfuhr ein leises lachen sanft und melodisch nathan es seufzte stephen es wird spät geh lieber nach hause und belästige nicht meine kommandantin bevor der junge davonlaufen konnte fasste ihn sylvanas mit einer fließenden bewegung am handgelenk nimm das und verwahre es sagte sie und drückte ihm eine goldmünze in die hand bis dein cousin findet dass du alt genug für dein erstes schwert bist stephans augen leuchteten auf als wollten sie mit der untergehenden sonne konkurrieren danke vielen dank er sprang auf kletterte über den zaun und rannte zurück über die wiese blöckende schafe flüchteten auseinander um seinen ansturm platz zu machen ein eigenes schwert ein eigenes schwert rief er in den abend himmel na großartig brummte nathan es verdrossen und strich sich durch den bart jetzt wird er mir tagtäglich damit in den ohren liegen sylvanas wartete mit ihrer antwort bis der von hinter dem hügel verschwunden war er braucht einfach jemanden der an ihn glaubt wie wir alle von zeit zu zeit nathan es vernahm einen wehmütigen klang in ihrer stimme und fragte sich wie sie wohl in ihrer kindheit gewesen sein musste für eine weile beobachteten sie still die letzten strahlen der untergehenden sonne erst als das zirpen der grillen den gesang der vögel ablöste brach er das schweigen wann brichst du auf sie schenkte ihm den hauch eines lächelns im morgengrauen denke ich es ist spät und ihr schuldet eurer waldläufer generalin eine mahlzeit und etwas gesellschaft sie ging auf das haus zu im vorübergehen streiften ihre fingerspitzen leicht seinen handrücken für einen moment dachte er an die ewigen renkeschmiede silbermoons das verächtliche grinsen lotham artherons und die drohende gefahr durch die näher rückenden armeen der horde ein teil von ihm sehnte sich nach einem ruhigeren leben ein leben auf dem land wie es sein vater und großvater vor ihm geführt hatten er könnte den welten wanderern den rücken kehren und hier in der siedlung in frieden leben zu hause sein doch dafür wurde er etwas aufgeben müssen was sehr viel kostbarer war als sein rang bei den weltenwandern als er seine schritte entlang des ausgetretenen pfads in richtung des hauses lenkte wusste er dass er seine entscheidung getroffen hatte zum teufel mit der politik zum teufel mit der ganzen welt er hatte sylvanas ein versprechen gegeben und um nichts in der welt würde er von ihrer seite weichen